Hallo, das Duderchen hier. Scheiße, wa? So, wir waren jetzt hier stehen geblieben, ja? Wir waren hier stehen geblieben, ja? Oh, ich hasse das immer noch. Ich erinnere mich noch gut dran. Oh, bitte lass es klappen, bitte, bitte lass es klappen, bitte lass es klappen. Bitte geht beide an, bitte geht beide an, bitte geht beide an, bitte geht beide an, bitte geht beide an. Bitte geht an, komm. Das war das Geräusch. Roll dich, Linke, roll dich, als würde es um dein verficktes Leben gehen. Es geht auch um dein verficktes Leben. Wenn ich dir zu nahe komme, bist du gefickt. Jetzt mach die scheisse Feier an, Feier, Feier, Feier. Ja! 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 Oh, okay, ich fühl mich gut. Ehe, Entschuldigung. Was, ist das laut? Nein, ich wurde eingeschrieben, jetzt kann ich mal wissen, von wem. Ich will wissen, wo, W Mire, W nochmal zufrieden. Dann riecht ihr, okay, wir gehen hier durch. Oh, eine Ruhe. Oh, gib mir den Schlüssel, gib mir den Schlüssel. Oh, Schlüssel, Schlüssel, Yeah, Fettlüssel. So, okay, mir geht's gut. Ja, mir geht's wirklich gut. Ich brauche kein Psychiat oder so was. Oder Psychologen oder Therapeutin oder Bäume. Ich brauche nur Bäume. Doch, ich brauche... Nein, ich brauche keine Bäume. Doch, ich brauche... Okay, auf jeden Fall. Hier geht es jetzt weiter. Nehme ich mal an. Nehme ich einfach stark an. Ich kenne diesen Tempel nicht. Erregt mich jetzt schon auf. Bämst. War hier? Nein, das war die Falsche. Bei der anderen war Schüsse von mir. Ja, fick dich Feuer. Okay, okay. Dann kann ich jetzt hier rein. Boah, verdammt, weil er da ist. Hm, okay. Stirb, 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 stirb. Ne, ihr seid ja noch beschissen. Das sind zu viele Gegner. Ah, die sterben. Geh weg. Flederm, Fledermaus. Okay, Fledermaus. Oh, Herzchen. Nein. Oho, Rensohn! Wahrscheinlich brauche ich das noch später. Aber es ist mir jetzt gerade Latte. Hier geht er durchschauen. Warum solltet ihr auch? Haha. Haha. Komm her. Danke. So, mein liebes Mann, du bist dran. Komm her. Komm her. Danke. Komm her. Ach, gut. Okay. Gegner erledigt. Ja, okay. Sehr kompliziert. Wieder einmal. Bla, bla, blub. Okay, wir gehen durch die Tür. Was passiert, wenn wir durch die Tür gehen? Wir kommen in einen... Oh. Mein. Gott. In einen sehr gefährlichen Raum. Okay. Ja. Ja, sehr interessant. Ah, weh, du Fotze. Ich hasse dich. Komm mir aus der Wand raus. Danke. Ich hätte dich wahrscheinlich aufheben sollen, ne? Was? Der greift mich nicht an? Der greift mich... Was? Guckt euch. Oh, ich habe Angst. Schieße! Mami! Mein Navi. Der Eisenprinz nimmt dich vor seiner schweren Anstelle zu werden, an der Entdeckung von allen. Yasupi! Yasupi! Oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe Angst vor ihm. Stirb. Ich habe Angst vor dir. Stirb. Ich habe Angst vor dir. Oh mein Gott, stirbst doch mal. Oh mein Gott, ich habe Angst vor dem Typ. Der hat verliebt. Der... Oh mein Gott, der hat verliebt. Ah, oh mein Gott, er haut ja zweimal. Oh! Der ist auf mir... Oh mein Gott! Oh mein... Oh mein... Oh mein Gott, er will aggro! Er will aggro! Nimm die weg! 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 Stirb! Oh, nimm die weg! Ich will ausweichen können. Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Oh mein Gott, er ist tot! Oh mein Gott, er ist... Oh mein... Oh mein... Oh mein... Oh mein Gott! Wow! Wow! Oh mein... Oh mein... Nein, 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 doch, doch, doch. Ja, nein, doch, ja. Ah... Bitte, dass ich anfange, will das nicht anfangen, wenn ich... Dann, dann, dass ich, wenn ich es gebrochen habe... Oh, yeah! D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Yay, Bomben! Der, 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 der. Komm, wir machen noch mehr Dinger kaputt. Alle hier oben kaputt. Yay, was ist das? Oh, ich höre noch eine Fee. Fee, heil mich. Fee, ich liebe dich. Fee, Sex. Fee, Fee, komm mal her. Gib mir bumsen. Gib mir blasen. Jetzt, komm, heil mich doch mal. Was, was ist das? Ja, schön, Abi. Schön, dass du mir das zeigst, aber da kann ich jetzt nichts anfangen. Ja, von mir geht's da durch. So, was ist hier? Hallo, was ist da? Was? Was, was, was? Ach, Gottchen, ein Feuer. Ja, wie hießen die Dinger? Flammen der Wisch. Oh, ein Flammen der Wisch. Ein Wisch. Lösche zunächst seine Flammen der Rüstung. Ja, wie denn? Wie soll ich seine... Aha. Sehr interessant. Sehr interessant. Wie soll ich die löschen? Bitte? Bitte? Ja. Sehr interessant. Ja, sehr interessant. Nee, äh, Freely, wie soll ich die löschen? Du sollst schießen. Link, du bist so dumm zum Scheißen, oder? Oh, Link! Link! Oh, du bist so ein... Wie soll ich denn angreifen? Hallo? Wie soll der Huren so ein... Funktion... Ja, schön. Ich muss mir gerne verbrechen. Oh, geht doch endlich mal weg. Ja, wie soll ich die denn löschen, bitte? Ich hab nix zum Löschen. Hallo? Sagt mir immer Anna, wie ich die löschen soll? Ja! Ja! Ja, ist okay. Hallo, ist okay, Alter. Alter, ernsthaft? Womit soll ich die löschen? Ich hab nix zum Löschen. Dumm oder so? Ey. Ey, nee. Nee. Dumm oder so? Sind deswegen hier die ganzen Bomben, oder was? Was? Okay, deswegen sind hier die ganzen Bomben. Sterb, du kleines Verkack... Wesen weiß ich jetzt, wie der funktioniert. Mach mal nicht mal ein halbes Leben dafür. Also, ja, doch, wenn... Dafür gebe... Was ist das? Sterb! Sterb! Link. So dumm wie du kann man echt nicht sein. Du läufst gegen Flammen, ja? Ich hoffe es nicht mal, so ein kleines Vieh herzulaufen. Komm, und jetzt ist er grün. Komm, gib's mir. Oh, ja, du bist grün. Ja, super. Wir sind hier keine Flammen. Ich muss auf die Uhr gucken. Ich will nicht auf die Uhr gucken. Die Uhr gucken... Oh mein Gott, Leute, Leute, ich muss... Ich muss schneiden. Wartet mal. Bis... Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.